Der Gefangene Ritter Adelstan wurde von seinen Feinden gefangen und in ein fürchterliches Gefängnis geworfen, wohin weder Sonne noch Mond schien. Er wurde mit schweren, eisernen Ketten gefesselt, und das kleine Fenster seines Kerkers war mit dicken, eisernen Stangen verwahrt. Vergebens suchte er sich von seinen Fesseln loszumachen, vergebens durch das eiserne Gitter zu entrinnen. Er gab alle Hoffnung auf, jemals aus seiner traurigen Gefangenschaft befreit zu werden. Was ihm aber, da er bis in Überfluss gelebt hatte, noch besonders schwer fiel, war die schlechte Kost, die ihm gereicht wurde. Man gab ihm nichts zu essen als täglich ein wenig schwarzes Brot und nichts zu trinken als Wasser. Er benetzte oft sein Stückchen Brot mit Tränen und sank dann hungrig auf sein Lager von Stroh. Allein, eben diese schlechte Kost, diente gegen den Willen seiner Feinde ihm zu seiner Befreiung. Er war vorhin fett und wohlgenährt. Allein nun wurde er sehr mager, streifte mit leichter Mühe seine Fesseln ab und schlüpfte bei Nacht zwischen den eisernen Stangen seines Fensters ohne große Anstrengung hinaus. Er lief die ganze Nacht, so einig er konnte, seiner Heimat zu. Und als er bei aufgehender Sonne sein Schloss erblickte und sich in Sicherheit sah, fiel er auf die Knie nieder und rief, O Gott, wie danke ich dir! Was mir ein Unglück schien, ist gerade mein Glück. Hätte man mir eine bessere Kost gereicht, so hätte mein Auge deine liebe Sonne und meine geliebte Heimat nie mehr gesehen und ich hätte mein ganzes Leben in jenem schauerlichen Kerker zubringen müssen. Was uns auch für ein Leiden drücke, es dienet stets zu unserem Glücke. Was uns auch für ein Leiden drücke,